Die nachfolgende Sendung wird durch die Spender von Joyce Meyer Ministries ermöglicht. Wir werden geistlich reifer und Jesus immer ähnlicher, wenn wir anfangen, auf die sanfte Stimme in unserem Inneren zu hören, statt auf das Geschrei unserer menschlichen Natur, die Forderungen an uns stellt. Danke, dass ihr heute dabei seid. Ich freue mich sehr darüber und bete, dass alles, was ich sage, vom Heiligen Geist inspiriert ist und wirklich etwas in eurem Leben bewirkt. Ich möchte heute darüber sprechen, wie wir Jesus ähnlicher werden können. Das sollte das Ziel eines jeden Christen sein. Sobald wir Jesus unser Leben anvertrauen, sollten wir, wie die Bibel es sagt, heranwachsen und geistlich reif werden wollen. Es ist großartig, Teil der Familie Gottes zu sein. Aber wir sollten als Söhne und Töchter auch heranwachsen. Die Bibel fordert uns außerdem auf, Jesus immer ähnlicher zu werden, in unserem Charakter und in unserem Verhalten, in dem, was wir sagen und wie wir denken. Wir sollten jede Eigenschaft von Jesus haben wollen. Lasst uns also heute darüber sprechen, wie es uns gelingen kann, immer mehr zu werden wie Jesus und darin wirklich Fortschritte zu machen, ohne ständig entmutigt zu werden. Die Bibel sagt, wenn jemand zu Jesus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das geschieht in unserem Inneren. Durch Jesus werdet ihr zu einem neuen Menschen. Das Alte ist gemäß 2. Korinther 5 vergangen und alles wird neu. Wenn ihr mit Jesus lebt, seid ihr eine neue Schöpfung. Euer altes Leben ist vorbei und ein neues beginnt. Aber was ihr in euch habt, ist nach außen hin noch nicht unbedingt sichtbar. Es geschieht in eurem Inneren. Ihr wisst, dass etwas passiert ist, dass jetzt etwas anders ist, doch vielleicht hat sich euer Verhalten noch nicht geändert. Vielleicht handelt ihr noch genau so, wie ihr es immer getan habt und hört euch auch so an. Wenn ihr euch im Spiegel betrachtet, seht ihr noch genauso aus wie zuvor. Wenn wir nicht aufpassen, wird der Teufel, unser Feind, versuchen, uns glauben zu lassen, dass überhaupt nichts passiert ist. Dadurch, dass wir Jesus unser Leben anvertraut haben, haben wir ein neues Wesen. Doch leider haben wir auch noch das Alte. Da ist sowohl unsere menschliche Natur als auch unser Geist. Unser Geist ist von Neuem geboren. Auf einmal sind wir mit Gott verbunden und haben eine Beziehung zu ihm. In uns ist etwas passiert. Da ist ein neues Leben, da ist eine neue Begeisterung, eine neue freudige Erwartung. Das, was früher gut und richtig für uns war, stellt uns jetzt nicht mehr zufrieden. Aber auch unser sündhaftes Wesen ist noch in uns. Wir dürfen der Sünde nicht nachgeben. Die Sünde hat keine Macht mehr über uns, aber der Teufel schläft nicht und macht sich unser menschliches Wesen zunutze, um uns zur Sünde zu verführen, wie es im Römerbrief heißt. Er wird versuchen, durch uns zu wirken. Das heißt, er will nicht nur in unserem Leben Probleme verursachen, sondern sein Ziel ist es, durch uns auch im Leben anderer Menschen Schaden anzurichten. Wir glauben oft, Menschen seien unser Problem, doch wir müssen erkennen, dass in Wirklichkeit der Teufel unser Problem ist. Wir haben also eine neue Natur, aber auch unsere alte Natur ist noch da. Und der Kampf tobt. Stimmt's? Das Interessante ist, als ihr nur eure alte Natur hattet und ohne Gott gelebt habt, mochtet ihr eure Sünde. Ihr habt euch mit dem, was ihr getan habt, wohlgefühlt. Es hat euch zwar nicht glücklich gemacht, sondern euch euer Leben geraubt. Doch das war euch gar nicht bewusst. Ihr habt andere dafür verantwortlich gemacht. Wenn ihr unglücklich wart, habt ihr das sicher nicht eurem schlechten Lebensstil zugeschrieben. Eurer Meinung nach lag es daran, dass jemand anders nicht das tat, was ihr wolltet. Aber jetzt habt ihr diese neue Natur in eurem Inneren, die plötzlich aufsteht und sich gegen die Dinge, die ihr früher getan habt, auflehnt. Vielleicht habt ihr früher zu eurer Unterhaltung etwas getan, das euch wirklich begeistert hat. Aber wenn ihr dasselbe jetzt tut, regt sich in eurem Inneren plötzlich ein unbehagliches Gefühl, das euch sagt, dass es jetzt nicht mehr angebracht ist. Es gibt euch nicht mehr das, was es euch einmal gegeben hat. Aber wir haben trotzdem noch diese sündhafte Natur in uns, die nach dem verlangt, was wir ihr bisher gegeben haben. Bitte denkt daran, das, was ihr füttert oder ernährt, nimmt zu. Wenn wir das begreifen, haben wir auf dem Weg zur geistlichen Reife schon eine weite Strecke zurückgelegt. Ihr könnt alles töten, indem ihr es verhungern lasst. Sogar Unkraut. Wenn es kein Licht und kein Wasser bekommt, wird es letztendlich sterben. Wir müssen also lernen, unseren Geist mehr zu nähren als unsere menschliche Natur. Jedes Mal, wenn wir unserer menschlichen Natur nachgeben, nähren wir sie. Aber jedes Mal, wenn wir uns weigern, das zu tun, disziplinieren wir uns mit Gottes Hilfe und die menschliche Natur wird ein bisschen schwächer. Das lässt sich gut anhand unseres Appetits erklären. Eine Person, die anfängt, mehr zu essen als nötig, oder als sie es gewohnt isst, wird sich unwohl fühlen. Ihr esst zu viel und danach fühlt ihr euch voll und unwohl und werdet müde. Vielleicht denkt ihr, warum tue ich das, wenn ich merke, dass es mir nicht gut tut. Unsere menschliche Natur weiß, was sie will. Und wenn wir ihr gestern etwas gegeben haben, das sie mochte, wird sie es heute wieder haben wollen. Vielleicht esst ihr an einem weiteren Tag ein bisschen zu viel und am darauffolgenden Tag auch. Und schon bald macht es euch nichts mehr aus. Ihr gewöhnt euch daran. Es fühlt sich gut an und es gefällt euch. Aber dann stellt ihr euch eines Tages auf die Waage. Das ist nur ein Beispiel. Es lässt sich auf vieles übertragen. Ihr seht also, dass ihr plötzlich mehr wiegt und eure Kleidung euch nicht mehr passt. Nachdem ihr aufgehört habt, zu behaupten, dass sie in der Reinigung eingegangen ist, gesteht ihr euch schließlich ein, dass ihr zu viel esst und dass ihr abnehmen müsst. Es gibt nur eine Möglichkeit, eurer menschlichen Natur die Autorität über euer Leben zu verwehren. Hungert sie aus. Natürlich sollt ihr euch nicht zu Tode hungern. Aber hört auf, eurer menschlichen Natur das zu geben, was sie haben will. Das wird eine Zeit lang sehr unangenehm sein. Euer Körper sagt, ich verhungere, ich werde sterben. Wenn ihr wirklich geistlich seid, werdet ihr ihm versichern, dass er leben und nicht sterben wird. Ernährt ihr euch dann nicht mehr im Übermaß, werdet ihr irgendwann an den Punkt gelangen, an dem ihr das auch nicht mehr wollt. Dasselbe gilt für geistliche Dinge. Sicher trifft das auf niemanden von euch zu, aber nehmen wir einmal an, ihr müsst in einem Streit immer das letzte Wort haben. Ihr ertragt es nicht, wenn ihr nicht das letzte Wort habt. Und meine Damen, wir sind sehr gut darin, etwas leise vor uns hinzumurmeln, wenn wir es nicht laut tun können. Je öfter ihr das tut, umso mehr wollt ihr es auch tun. Aber ihr könnt anfangen, euch zu disziplinieren, wenn der Heilige Geist sagt, genug. Sag jetzt nichts mehr, das gibt nur Ärger. Habt ihr manchmal das Gefühl, dass Gott euch befiehlt, den Mund zu halten? Die Hälfte der Menschen hier kennt das nicht. Wie geht es euch, die ihr diese Sendung im Fernsehen oder am Computer seht? Habt ihr manchmal das Gefühl, dass ihr genug gesagt habt und nichts mehr sagen solltet? Wir werden geistlich reifer und Jesus immer ähnlicher, wenn wir anfangen, auf die sanfte Stimme in unserem Inneren zu hören, statt auf das Geschrei unserer menschlichen Natur, die Forderungen an uns stellt. Jedes Mal, wenn ihr der menschlichen Natur nachgebt, nähert ihr sie und sorgt dafür, dass sie stark bleibt. Wenn ihr hingegen Ja zum Geist sagt, wird das eurer menschlichen Natur zwar nicht gefallen, aber irgendwann werdet ihr überrascht feststellen, dass ihr gar nicht mehr das letzte Wort haben wollt. Ihr habt gelernt, wie wertvoll der Frieden ist. Und jetzt ist dieser euch wichtiger, als Recht zu bekommen oder das letzte Wort zu haben. Bitte hört mir zu. Diese Dinge empfangt ihr nicht einfach durch ein Gebet. Gott, mach mich zu einem netten Menschen. Ich bete dafür genauso wie ihr, aber ihr müsst auch einiges dafür tun. Wir alle haben Muskeln, aber wenn wir keinen Gebrauch davon machen, entwickeln sie sich nicht. Wir haben eine neue Natur. Das ist ein Geschenk von Gott. Tatsächlich bekommen wir sie in der Form eines Samens, und dieser Same ist Jesus. Er ist der Same, der uns von Gott geschenkt wird und der in unseren Geist ausgesät wird und seiner Natur entspricht. Was passiert, wenn wir durch Jesus zu neuen Menschen werden? Oh, ich bin ein neuer Mensch, ich habe ein neues Leben. Doch gleichzeitig sagt ihr euch selbst, auf mich wirkst du kein bisschen anders. Du verhältst dich noch genauso wie früher. Du hörst dich noch genauso an und handelst auch noch genauso. Es ist wichtig, dass wir immer mehr zu diesem neuen Menschen werden, der wir laut Gott schon sind. Denn ganz gleich, was in unserem Inneren verborgen ist, wenn die Menschen es nicht sehen können, nützt das, was wir sagen, überhaupt nichts. Wir müssen Jesus immer ähnlicher werden. Wenn wir uns Jesus zuwenden, erhalten wir also ein neues Leben. Aber in dieses neue Leben müssen wir erst hineinfinden. Das ist ein Prozess, der Zeit braucht. Das möchte ich euch ans Herz legen, damit ihr auf dieser Reise nicht entmutigt werdet. Es braucht Zeit. Es braucht Zeit. Es ist eine Reise. Ich spreche manchmal über die Israeliten, die durch die Wüste zogen. Wenn ihr die Geschichte lest, seht ihr, dass es oft heißt, sie lagerten und zogen weiter. Und wiederum lagerten sie und zogen weiter. Genau das tun auch wir auf unserem Weg mit Gott. Manchmal scheint es, als würden wir große Fortschritte machen. Wir sind begeistert, wenn wir feststellen, welche Strecke wir schon zurückgelegt haben. Doch plötzlich lagern wir wieder irgendwo. Das Interessante bei den Israeliten war, dass sie ihre Reise nie fortsetzen durften, bevor sich die Wolke hob. Wenn sich die Wolke hob, mussten sie bereit sein, weiterzuziehen. Gott ist unsere Wolke. Ohne ihn wird es uns nicht gelingen, zu tun, was wir tun wollen, oder uns besser zu verhalten. Gott muss sich bewegen. Wir haben den Wunsch, Jesus ähnlicher zu werden. Aber wir können uns nicht selbst verändern. Das kann nur Gott tun. Das Interessante an unserem neuen Leben mit Gott ist, dass er uns mit großer Entschlossenheit beibringt, uns in absolut allem auf ihn zu verlassen. Das gilt auch für die Dinge, die er uns aufträgt. Wir sollen uns darauf verlassen, dass er uns die Fähigkeit gibt, sie zu tun, damit wir nicht stolz werden und uns selbst auf die Schulter klopfen. Es ist allein Gottes Verdienst. Lasst uns einmal Galater 3, die Verse 1 und 2 lesen. Paulus schrieb, Oh, ihr unverständigen Galater, wer hat euch so durcheinandergebracht? Ihr habt doch so klar erkannt, was der Tod von Christus für uns bedeutet, als ich euch Jesus Christus, den Gekreuzigten, vor Augen malte. Sagt mir, habt ihr den Heiligen Geist etwa durch das Befolgen des Gesetzes empfangen? Natürlich nicht. Der Heilige Geist kam auf euch herab, nachdem ihr die Botschaft von Christus gehört und ihr geglaubt habt. Kurz etwas zum Hintergrund der Galater. Es handelte sich hier um Heidenchristen. Bevor Gott die Heidenen seine Pläne für die Menschheit einbezog, hatte er die Juden als sein Volk auserwählt und ihnen das Gesetz gegeben. Sie versuchten, ihr Leben lang es zu befolgen, weil sie glaubten, sich damit die Gunst und das Wohlwollen Gottes erkaufen zu können. Gott wusste, dass sie das Gesetz nicht halten konnten. Er hat es ihnen bewusst gegeben, damit sie begriffen, dass sie einen Retter, dass sie Hilfe brauchten. Nachdem Jesus gekommen war, hatten sie die Hilfe, die sie brauchten. Doch die meisten Juden akzeptierten und glaubten das noch nicht. Es gab jedoch einige Juden, die Jesus ihr Leben anvertrauten. Aber manche, vielleicht sogar viele von ihnen, dachten immer noch, dass sie sich nicht ausschließlich auf Jesus verlassen konnten, sondern immer noch einige der Gesetze, Rituale und Vorschriften befolgen mussten. Es gibt unterschiedliche Meinungen darüber, ob diese Juden wirklich gerettet waren oder nicht. Lasst uns einmal annehmen, dass sie es waren. Einige von ihnen wurden Judaisierer genannt, weil sie, obwohl sie gerettet waren, zu den Heidenchristen gingen und ihnen vom Gesetz erzählten. Diese kannten das Gesetz gar nicht und hatten deshalb auch nie danach gelebt. Den Juden fiel es jedoch schwer, davon Abstand zu nehmen, weil sie an das Gesetz gewöhnt waren. Sie gingen zu den Heidenchristen und sagten, ja, ihr seid durch Gnade gerettet, aber um vollkommen zu werden, müsst ihr diese Regeln und Vorschriften befolgen. Wir bringen uns in große Schwierigkeiten, wenn wir, nachdem wir durch Gnade gerettet wurden, versuchen, uns durch eigene Anstrengungen zu verändern. Ich habe schon viele Predigten gehört, die mich auf etwas hingewiesen haben, das bei mir nicht in Ordnung war. Früher fühlte ich mich dann verurteilt, weil ich es nicht besser wusste. Doch darüber sprechen wir gleich noch. Dann ging ich nach Hause und versuchte, mich zu verändern. Aber ich versäumte das Wichtigste dabei, Gott, um Hilfe zu bitten. Die meisten Menschen, die Jesus ihr Leben anvertrauen und denen es gelingt, sich zu verändern, versuchen dann sofort, anderen ihre Erfolgsstrategie beizubringen. Sie sagen, auch ich hatte dieses Problem, aber bei mir hat sich das sofort verändert. Wie kann es sein, dass du, obwohl du schon fünf Jahre an Jesus glaubst, immer noch damit zu kämpfen hast? Diese Menschen sollten sich vor Augen halten, dass Gott etwas für sie getan hat, für das sie dankbar sein dürfen. Es sollte nicht dazu führen, dass sie andere verurteilen und kritisieren, sondern dass sie ihnen gegenüber gnädig sind. Paulus ärgerte sich, weil diese Judaisierer zu den Heidenchristen gingen, die davon überzeugt waren, dass sie durch Gnade errettet worden waren und durch Glauben Erlösung empfangen hatten und ihnen einredeten, dass sie trotzdem noch bestimmte Gesetze einhalten mussten, um vor Gott vollkommen und wohlgefällig zu sein. Er war ein bisschen frustriert und verärgert. Obwohl Paulus ein Mann Gottes war, ärgerte er sich manchmal. Er sagte, wer hat euch so durcheinandergebracht? Wer hat euch so getäuscht? Was glaubt ihr, was ihr da tut? Einige von euch waren so am Ende, dass sie vor Jesu Füßen buchstäblich zusammengebrochen sind und gesagt haben, ich schaffe es nicht, wenn du mir nicht hilfst und ihn als ihren Retter angenommen haben. Glaubt ihr jetzt wirklich, dass ihr durch eure menschlichen Werke vollkommen werden könnt? Ich kann euch nicht sagen, wie sehr mir das vor fast 40 Jahren geholfen hat. Ich versuchte damals, alles aus eigener Kraft zu tun. Ich versuchte still zu sein, aber ich hatte eine große Klappe. Ich versuchte nett zu sein, aber ich war es nicht, sondern hatte ständig schlechte Laune. Wir alle tragen den Wunsch, in uns gut zu sein, aber wir sind auf dem Weg. Wir können nicht alles auf einmal ändern. Was ihr ändern könnt, ist die Sache, die Gott euch gerade zeigt. Deshalb solltet ihr auch nicht auf den Fortschritt anderer Christen achten und euch verurteilt fühlen, weil ihr noch nicht da seid, wo sie sind. Arbeitet mit Gott an dem, was er euch gezeigt hat und verlasst euch auf ihn. Dann wird er euch zum Erfolg verhelfen und die Ehre dafür bekommen. Paulus machte dasselbe durch. Römer 7, Vers 15. Ich begreife mich selbst nicht, denn ich möchte von ganzem Herzen tun, was gut ist, und tue es doch nicht. Stattdessen tue ich das, was ich eigentlich hasse. Das verstehen wir alle, nicht wahr? Das war Vers 15. Ich kann jetzt nicht die nächsten zehn Verse vorlesen, aber in Vers 24 sagt er, was bin ich doch für ein elender Mensch. Wisst ihr noch, wie glücklich ihr wart, als ihr Jesus euer Leben anvertraut habt? Doch drei oder vier Jahre später wart ihr vielleicht sehr unglücklich, weil ihr es immer noch nicht geschafft hattet, euch zu verändern und so zu sein, wie ihr sein solltet. Ich bin sicher, dass es Paulus ganz ähnlich ging. Was bin ich doch für ein elender Mensch. Wer wird mich von diesem Leben befreien? Wer wird mich von meiner menschlichen Natur befreien? Wer wird mir helfen, so zu sein wie Jesus? Werde ich mich je ändern und geistlich reif werden? Dann fügte er hinzu, Gott sei Dank, Jesus Christus, unser Herr. In der Amplified Bibel heißt es an dieser Stelle, Gott sei Dank für meine Befreiung durch Jesus Christus, unseren Herrn. Gott sei Dank für meine Befreiung. Wir sehen hier, dass wir mit Gott zusammenarbeiten müssen und dass wir nicht unabhängig von ihm handeln können. Wir tun das, was Gott uns aufträgt, aber wir tun es nicht aus eigener Kraft. Gott weist uns auf unsere Schwächen hin, sei es durch eine Predigt, durch ein Buch, das wir lesen oder während wir die Bibel studieren. Er korrigiert uns. Der Heilige Geist überführt und korrigiert uns. Doch wenn wir die Bibel nicht richtig verstehen, werden wir uns jedes Mal, wenn der Heilige Geist uns etwas zeigt, verurteilt fühlen. Doch das möchte Gott nicht. Das hilft uns nicht weiter. Schuldgefühle und Gefühle der Verurteilung aufgrund unseres Versagens in der Vergangenheit halten uns in der Sünde gefangen. Damit will ich nicht sagen, dass wir nicht umkehren müssen. Das müssen wir auf jeden Fall. Der Apostel Jakobus sagte sogar, wir sollen über unsere Sünde klagen und trauern, aber das kann nicht ewig andauern. Die Nacht ist noch voll Weinen, doch mit dem Morgen kommt die Freude. Gott sei Dank können wir umkehren und für unsere Sünden und Fehler um Vergebung bitten. Und was sollen wir dann tun? Wir sollen sie annehmen und mit Gott weitergehen. Die meisten von uns brauchen sehr lange dafür. Deshalb möchte ich euch ein paar Tipps geben, wie ihr damit umgehen könnt, wenn Gott euch etwas zeigt, das in eurem Leben nicht in Ordnung ist. Als erstes solltet ihr Einsicht zeigen. Du hast recht, Gott, so bin ich. Schiebt die Schuld nicht auf andere. Nehmt es einfach an. Normalerweise tut das ein bisschen weh. Es tut weh, wenn wir uns dem stellen, wie wir sind. Stimmt mit Gott überein und tut Buße. Das bedeutet nicht, dass ihr nur Reue zeigt, sondern dass ihr tatsächlich umkehrt und eine neue Richtung einschlagt. Dass ihr die betreffende Sache nicht mehr tun wollt. Aber ihr müsst geduldig sein. Bittet Gott, euch zu verändern und dann habt Geduld, denn die Veränderung geschieht nach und nach. Vermeidet Verurteilung. Lebt nicht mit Schuldgefühlen und Gefühlen der Verurteilung. Nehmt euch Zeit, eure Erfolge zu feiern, auch wenn sie nur klein sind. Konzentriert euch nicht so sehr darauf, wie weit ihr noch gehen müsst, sondern wie weit ihr schon gekommen seid. Auch wenn ihr erst seit zwei Wochen an Jesus glaubt, habt ihr schon Fortschritte gemacht. Sie mögen winzig sein, aber ihr habt Fortschritte gemacht. Der Teufel mag es nicht, wenn ihr euch auf eure Fortschritte konzentriert. Er will, dass ihr euch damit beschäftigt, wie weit ihr noch gehen müsst. Vielleicht hält er euch eine sehr fromme Person vor Augen, die scheinbar alles im Griff hat, damit ihr euch mit ihr vergleicht und glaubt, dass euer Weg noch sehr weit ist. Ein letzter Punkt. Gottes Wort ist das Kostbarste, was ihr habt. Wir haben vorhin gesagt, das, was man füttert oder nährt, nimmt zu und wird stark. Nähert euren geistlichen Menschen mit den Wahrheiten der Bibel. Gottes Wort ist Nahrung für euren Geist. Vielleicht ist euch das gar nicht bewusst, aber ihr, die ihr hier seid oder vor dem Fernseher und dem Computer sitzt, ihr esst gerade. Manche von euch haben das Mittagessen vielleicht ausgelassen, um diese Sendung zu sehen, aber ihr esst trotzdem. Wenn euch jemand fragt, was hast du zu Mittag gegessen, könnt ihr sagen, Gottes Wort. Ihr nährt euren Geist, wenn ihr das tut. Und mit jedem Mal wird er stärker. Der Punkt ist, studiert die Bibel nicht nur nach dem Zufallsprinzip. Nehmen wir einmal an, ihr habt oft schlechte Laune und Gott hat euch darauf hingewiesen. Ihr habt Gott in diesem Punkt recht gegeben. Ihr habt Buße getan und ihn um Hilfe gebeten. Aber deshalb wird er euch nicht alles abnehmen. Ihr seid Gottes Partner. Also, was müsst ihr tun, um nicht aus eigener Kraft zu handeln, sondern mit Gott zusammen zu arbeiten? Lest, was die Bibel zum Thema Zorn und so weiter zu sagen hat. Das wird euch helfen, in diesen Bereichen Veränderung zu erfahren. Ich sage immer, wenn ihr mit Zorn zu kämpfen habt, bringt es nichts, etwas zum Thema finanzielle Versorgung zu lesen. Ich glaube, viele machen hier einen großen Fehler. Sie glauben, nur weil sie die Bibel lesen oder jeden Sonntag in die Kirche gehen, wird sich alles wie von selbst fügen. Wichtig ist vielmehr, dass ihr etwas hört, das euch ganz konkret bei eurem Problem hilft. Stimmt's? Ganz gleich, worauf Gott euch gerade hinweist, lest es in der Bibel nach. Es ist immer gut, in der Bibel zu lesen. Aber wenn ihr ein spezielles Problem habt, solltet ihr nach entsprechenden Versen suchen. In der Bibel ist zum Beispiel häufig von Selbstsucht die Rede. Niemand will zugeben, dass er selbstsüchtig ist. Aber wenn ihr es seid, solltet ihr euch mit derartigen Bibelstellen auseinandersetzen. Ich kann euch nur sagen, Babys wachsen heran. Und das tun sie nicht ohne angemessene Nahrung und Fürsorge. Wir sind Kinder Gottes, aber wir sollten auch als seine Söhne und Töchter heranreifen. Und das erfordert Geduld, Zeit, Gehorsam und das Studieren der Bibel. Ihr dürft nicht zulassen, dass der Teufel euch ständig verurteilt. Jeden Tag, an dem ihr mit Gott lebt, werdet ihr Jesus ähnlicher. Lasst euch nicht vom Teufel weismachen, dass ihr euch nicht verändert. Ich sage euch, ihr verändert euch gerade jetzt, indem ihr mir zuhört, wenn ich sage, dass ihr euch verändert. Ihr müsst nichts weiter tun, als davon überzeugt sein, dass Gottes Wort die Wahrheit ist und dass diese Wahrheit euch verändern wird. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören. Hat Ihnen diese Sendung gefallen? Dann unterstützen Sie uns doch dabei, weitere Vorträge von Joyce aufzunehmen. Denn wenn Sie uns bei der Erstellung dieses Programms finanziell unterstützen, vielleicht sogar regelmäßig, dann glaube ich, dass Ihnen das ein ganz anderes Empfinden für unsere Arbeit geben wird. Wer mitmacht, fühlt sich als Teil einer Sache. Also lade ich Sie ein, unser Partner zu werden. Weitere Informationen finden Sie auf joyce-meyer.de slash mithelfen. Gott segne Sie. Leider erleben viele Kinder, besonders Mädchen, in den Dörfern Südafrikas Missbrauch. Sexuellen Missbrauch, körperlichen Missbrauch, in erschreckendem Ausmaß. Als christlicher Hilfsdienst Hand of Hope haben wir deswegen das Projekt Klassenzimmer der Hoffnung gestartet. Mit Ihrer Spende geben Sie diesen Kindern einen sicheren Ort zum Lernen und damit eine neue Zukunft voller Hoffnung. Machen Sie mit. Verändern Sie Leben. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020